Was geht ab, Leute? Am 11 Uhr. Das ist mein erster Schultag. Time Schedule, das ist so nice. Von 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr. Zwei Stunden Pause und danach von 14 Uhr bis 18 Uhr ungefähr. Was wir mal machen, ich kann das vielleicht noch umändern. Aber mal gucken, die erste noch Uhr läuft jetzt diesmal so ab. Wir haben geiles Wetter, bombastisches Wetter. Und auf jeden Fall Stimmer Schmidt und viel, viel Spaß. Ciao. Burger mit Bacon, Pilzen, Käse. Also alles, was man sich vorstellen kann. Egal, wie fett ist der? Wow. So gut, Mann. Wir essen wirklich 9 von 10. Einer der besten Burger, die ich hier gegessen habe. Und in die ESL-Flasche. Schön nochmal Eisbücher und Cola eingepackt. So muss das. Ich hab jetzt noch eine Stunde Pause, danach geht's ab. In den nächsten Unterricht bis dahin schaffen. Man hat hier so zwei verschiedene Highlighten. Hier ist die Grill. Wascher Vietnamesisch. Guck mal hier. Joghurtjuice. Irgendwo japanisch gewesen. Mega cool. Hinter dem B hit ist. Mach doch. Wenn du zur kommt! Was ist das? Was ist das? Das ist das Berta! Oh, ja. Ich bin sicher, es ist ein Japonsal. Ja. Es ist ein Päziger. Let's go. Let's go. Let's go, man. Tag zwei in der Schule. Ich glaube, den ersten, zweiten Tag schneide ich ein bisschen zusammen. Später noch Festival und lass essen gehen. Habt Spaß. Tschüss. Tag zwei in der Schule mit Pierre. Ergänzt sich. Wir haben wieder denselben Burger wie gestern, Leute. Ich weiß, eigentlich haben wir denselben nie doppelt hintereinander essen. Aber ich habe mich verliebt in den fetten Burger. Wieder schönen Thomas. Mega geil. Vamos. Musik. Also in Kanada muss man erstmal seine ID zeigen, um Alkohol kaufen zu können. Und der Typ, der Typ, der war mit 17 einfach auf einem Exchange in Budenheim. Er sagt Fastnacht, aber geil und so. Krank und wie klein die Welt ist. Not the game, man. Feels nice, right? Er ist nur zwei Jahre alt. Er ist die größte. Er ist die größte, die wir haben. Oh, mein Gott. Er ist die größte. Er ist die größte, die wir haben mit Ihnen geschenkt. Er ist die größte. Er ist die größte, die ich dann abholt. In der季unzには das già mit einer Zeit lançiert. Er ist die größte. Die Gäste. Er ist die größte. Die größte. Er ist die größte. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, 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 oh.